Und hallo, es geht jetzt direkt auch schon wieder weiter mit The Real Slender Game. Und ja, das letzte Mal ist es ja dummerweise auf den Unentschieden hinausgelaufen. Das wird sich jetzt allerdings rapide ändern, tut mir leid, Juan. Aber ja, dieses Mal lege ich vor und ich mache es ja nicht so einfach wie du mir. Ich wollte es halt einfach in die Länge zögern, weil, naja, kommt natürlich immer gut, wenn es mehrere Parts gibt. Und deswegen habe ich halt auch unentschieden gespielt. Und dieses Mal werde ich logischerweise alles geben, weil ich halt nicht weiß, wie viele Seiten du hast. Und eine Niederlage kommt nicht infrage. Dementsprechend geht es jetzt fett los. Wie immer auf Paranormal. What would you do if you woke up in one place you have never seen before? Und das werde ich jedes Mal vorlesen. Ich freue mich irgendwie so auf das Spiel, weil ich das Spiel noch nicht so, was schon so hammergeil fand. Okay. So, ich habe gelernt, mit dem Mausrad kann man die Lampe einschalten. Mir reicht das so. Wie war es nochmal drin? Umschalt. Ja, umschalt. So, zunächst müssen wir jetzt wieder zu diesem Auto. Und das ist hier. So, hier ist die Karte. Und nachher stimmt auch, jetzt sieht man das ja nicht. So, was bittest du mir? Eine Seite. Na, ne, ich will zurück. What? Ah, shit. Jetzt hat man auf einmal eine ganze Lampe. Ja, so. So, vor allem. Ja, es ist ganz hell. Ja, es will ich gar nicht. So, ein Foto. Und es geht los. Ich habe das Car inspected. Und somit geht es hier jetzt direkt fett los. Ja, hol nicht rum. Okay. So ist etwas. Ich will was spielen. Hey. Nicht. Hier? Ja, Leute, ich bin was. Ne, das ist Stein. Scheiße. Ja, Leute, ich kann leider nicht mit Facecam aufnehmen, denn... Ich habe keine. Ich wüsste eigentlich, wozu ich eine brauche. Und scheiße. Das Haus. Ich kenne es noch vom Brian. Logischerweise habe ich mir sein Part auch angeguckt. Ich bin ja nicht... Dämlich. Weil, naja. Das bringt mir schon Hinweise. Und ich bin dann tatsächlich so dämlich und lauf hier hoch. Obwohl ich ganz genau deines Brian weiß, wo der Einladen ist. Und zwar hier. So. Ja, wissen wir noch. Ich bin jetzt schon mal besser als benutzen. Guck mal. Hier. Eigentlich besser als benutzen. Genauso wie die Kino. Und wenn wir gesehen, so an sich ist es gar nicht schlecht, schon mal eine Seite zu haben. So, ich glaube, das war klar. Und ich habe langsam das Gefühl, Paranormal ist etwas zu schwer. Weil der war jetzt schon bei uns. Und ich denke mal, das heißt, wenn wir eine Seite aufgesammelt haben, Spawn-Till direkt bei uns. Und ich nehme an, dass wir dann... Also ich werde Juan fragen, ob wir dann auch Gamer spielen könnten. Weil, äh... Ja, die Parts wären mir dann etwas zu kurz. Es tut mir leid, dass ich mich nicht erschrecke, aber das Spiel ist irgendwie... Ja, es ist gruselig, aber so die Schockmomente von Slender. Und bei Schockmomente habe ich meine Hand so nach oben bewegt. So, als hätte ich hier eine Camelossette. Einen epischen Ausdruck verleiht, aber... Ich hätte ja keine. Was ist das? Was haben wir? Hier ist ein Loch, und hier ist ein Feld. Das spielt nur ein Feld. Da hinten habe ich etwas Leuchten hören. Ja, Leuchten hören. Hier ist was. Hier ist was. Der TV und Batterie bekommen. Tut mir leid, ich konnte es jetzt nicht ganz vorlesen, weil ich, äh... Ich habe mal eine Frage an dich, äh, warum tun wir uns das nochmal an? Ja, so. Nur so fürs Protokoll. Das macht die Lampe mal etwas aus. Wobei, wir haben ja eigentlich genügend Batterien, ne? Aber das Schlimmste ist ja, man weiß ja nicht, wo man ist, es kann sein, dass ich hier nicht ganz in den Kreis laufe. Ich weiß nicht vor allem mal. Und ich habe mich viel zu ruhig informiert. Ich weiß gar nicht. Ein Auto. Ist das das Haus von gerade? Ich weiß es nicht. Batterien. Ich glaube, das ist nicht das Haus von gerade. Lock. Scheiße. Der ist hier irgendwo. Der muss hier einfach irgendwo sein. Shit. Und da ist es sogar noch das gleiche Haus. Der ist das gleiche Haus. Scheiße. Scheiße. Oh. Einfach ein Turm. Ein Turm. Ein Turm, der vom vollen umschlungen wurde. Dann komme ich ja... Nein, lockt. Shit. Der ist nichts. Mann. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, ey. Oh, nein. Hier ist ein Ding. Nur, es sagt mir gar nichts. Und ich habe mich fast erschrocken. Aber auch noch was. Daran, daran, daran. Ja, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Wo muss ich hin? Es ist allen klar, dass Buoyen das nicht gewinnen darf. Ich kann ihm dieses hier uns nicht gönnen. Immer ein schlechter Verlierer. Ich bin jetzt wieder der Zaun. Ich kann mir durch. Ich weiß nicht, ist hier überhaupt noch was. Ja. Komm, sei was. Du bist jetzt irgendwas. Ja, du bist was. Und? Seite 3. New Record. Äh, okay. Fuck. Das ist hier der Fernseher. Okay. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, einfach ruhig zu bleiben. Und einfach nur gechillt hier durchzulaufen. Aber ich glaube, das kann ich jetzt schon vergessen. Äh, das allein zu sagen. Der ist ja direkt hinter dem. Fuck. Bitch. Hier oben ist bestimmt eine Burg oder so. Burg an der Spitze des Berges. Mami. Komm. Oh, alte Mühe. Lass mich jetzt nicht im Stich. Komm. Komm. Hier oben muss es einfach was sein. Ja. Mann, der ist hier nicht. Der ist hier nicht. Der ist hier nicht. Der ist hier. Der ist hier nicht. Der ist hier nicht. Der ist hier nicht. Aber auf den Boden gucken. Auf den Boden gucken. Das ist halt. Acht Seiten jetzt. Okay. Ich bin gestorben. Weil ich, äh, runtergefahren bin. Aber, Brian. Das waren ein paar Seiten. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber das musste erst mal toppen. Und ich muss sagen. Es war nicht schlecht. Also, viel Spaß. Man hört sich, Leute. Einfach auf den Boden singt. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Und jetzt haben wir es. Und ich bin gestorben.